So, meine Lieben, dann heiße ich bei euch ganz herzlich willkommen in Syrien, in Summerhill. Und ihr habt gerade vollen Blick auf unser neues kleines Haus. Und dann gehen wir mal rein. Ein bisschen Weihnachtsschmuck, da auch noch. Wir wohnen in der Winzer Road 21 und da geht's los. So, here we go. So, das ist unser Eingang. Wir sind heute erst angekommen. Hier ist unser Wohnzimmer. Und da sitzt der Romano. Hallo Romano. Hallo. Und was hören wir? Bushido. Denn Romano hat sein neues Bushido Album per Post gehören. Hier ist nicht unser Faser angeschlossen. Kamin. Sozusagen die Esssäcke. Unser Esstisch. Hier. So was. Unser Äppel. Den wir nach ungefähr einem Tag dann endlich mal anbekommen haben. Kommst du mit? Elika. So, dann gehen wir mal durch hier. Und dann gehen wir mal. Ist ein bisschen duscher. Ups. In die Küche. Wie lange. Küche. 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 Hier werde ich jetzt mal kaufen. Ah ja. So. Oh. Vielleicht jetzt nochmal ein Beweis Video, wo man da sehen kann, dass ich kaufen kann. Der neue Genie Oliver. Hier. 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 Bloody German Dishwasher. Wurde uns erzählt. Von Bosch. Mit. Hier wieder. Küche. Ach ja. Hier ist unser verwüsteter Garten. Wir müssen das mal anklicken. Wir müssen das mal anklicken. Also raus. Oh. Hier geht eine Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Nicht so wahr. Also. Unser Garten. Also wir wohnen quasi jetzt allein. Aber wir wohnen noch eigentlich mit einem Thailänder. Der ist aber gerade nicht zu Hause. Weil Weihnacht ist. Hier hängt unsere Würstchen. So. Schöner Farben sortiert. Wie jetzt ihr gehört. Wow. Mutti ist stolz. Oh das war. Hier. Wascherschiene. Natürlich nur Kaltwäsche. Warenwäsche gibt das nicht. Zu teuer. Oder weiß ich was. So. Dann nehmen wir mal ein wichtigstes mal. Grundsatz. Ja. Treppe hoch. Ah ja das Bad. Jetzt kommt das Bad. Mädchen. Licht anmachen. Hier. Also hier. Lichtschalter. Goldene Lichtschalter. Unser Bad. Wollt erstmal rummachen müssen. Goldene Wasserhähne. Hier. Hier und hier an der Ecke. Es ist noch die Litte. Alles rein. Kronleuchter. Ein Bett. Unser Bett. Da sind unsere Klamotten. Mach doch mal einen Balkon auf. Ja ja. Wir haben auch einen Balkon ne. Hier haben wir unsere Klamotten. Da. Von da sind wir reinkommen ins Haus. Und jetzt stehen wir quasi wieder oben. Das ist unser Auto von unserer Chefin. Aber die ist ja gerade in Frankreich. Sag mal was sagst du? Einmal frei ja. Kann ja auch mal mit aufs Bild. Hallo. Was kochen wir heute? Lasagne. Heute gibt es mal richtig lecker. Weil heute ist ja Wochenende. Und deswegen gibt es heute richtig lecker. Lasagne. Und zwar Mutti ist speziell Lasagne mit Spinat. Richtig? Richtig. Alles klar. Noch was zu erzählen? Weihnachten ist am Mittwoch. Und wir machen große Weihnachtsfragen. Und wir feiern bei uns. Und dann wird dann auch noch mein Film, oder? Ja. Gibt da auch noch mal wieder von. Und da alle was haben. Alles klar. Das war unsere Wohnung. Bis dahin. Bis dahin. Komm. Hi. Wenn wir uns in die Hand kommen. Wenn wir uns in die Hand kommen. Wenn wir uns in die Hand kommen. Was ist das? Zur Information, es gibt Lasagne, Melchia Handel und Spirade. Untertitelung des ZDF, 2020